Geil, bester Spawn, bester Spawn der Map. Spielen. Ich schwör's, wenn das Ding hier nicht ordentlich Daumen hoch bekommt, dann deabonniere ich euch. Den lasse ich jetzt einfach mal da sitzen. Ey, was auch immer schlimm ist, wenn man weiß, oder man hört Leute, man hört sie, ne? Und dann sind sie auf einmal weg. Blastert. Hörst du nichts mehr. Hörst du? Zitulone macht die Klickbaum. Na, komm. Ja! Letkt ja nicht! Quatsch! Also bitte. Also zapp, 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 zapp. Nix war das. Skills. Mein Ehemann versagt. Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen rassistischen Ausdruck gesagt. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich glaube, einer war Flugzeug. Ne. Okay. Schwierig verstecken. Ich mache mit. So, Kids. Das ist wieder... Das ist hundertprozentig ein Abonnent und der würde mich hundertprozentig abfangen. Hundert... Also da... Ne. Freunde. Nuke könnte aber mal ganz gepflegt vergessen. Na, komm. Ich habe auch noch einen krassen Clip heute aufgenommen. Ich habe mir einfach einer von Subbase. War das Subbase? Ja, Subbase heißt die Map. Auf Subbase hat er mir NoScope. Also jetzt ohne Witz, ohne Übertreibung. Über die ganze Map. Across the Map. Durch Rauch. NoScope. Und ich habe Gehead glitched. Hat er den Header gegeben. Einmal über die ganze Map. Yeah. Und ich, wie gesagt, der wird mich gleich töten, der hier. Das spüre ich. Wenigstens ist das eine ACR? Jo, jo, jo. Der war... Gerade war es eine ACR. Lüge, Lüge, Lüge. Ich gehe mal lieber weg von da. Weil... Der holt mich sonst da weg. Weil der Geier hat auch nochmal auf mich. Der hat mir gerade eine Nachricht geschrieben. Kann ich mir ja gleich mal angucken, während der Harry da oben ist. Lol. Na, Freunde. Ich bin mir nicht sicher. Ich hege den Verdacht, dass wir hier zwei Booster haben. Sübdülern, erstmal klick, klick, baum. Der Unbetal ist ne Bitch, und ne ne Bitch schriegt Schwanz. Oder so. Egal. Wooster. Ich bin ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Ach, weißt du was? Du heißt Quickscope, ne? Oh. Jan ist Quickscope und Scope falsch geschrieben. Hä? Hä? Wusste ich's doch, Alter. Hallo? Oh Gott, Alter. Ich seh' die Renderzeit schon vor mir. Zwölf Stunden. Dann weiß ich wieder nicht, was ich in den Titel packen soll, um viele Klicks zu bekommen. Aufgrund meiner Geldgeilheit. Mann, der Mann. Mann, der Mann. Okay. Aber ist mal was anderes, ne? Ich liebe Auto-Aim. Ich, boah. Wenn zwei Leute aneinander vorbeilaufen, ne? Dann ist vorbei. Dann können die aufgeben. Boah. Sück-Duellan. Okay, machen wir mal hier. Obwohl, ich hatte ja schon einen. Das heißt, 23. Zwei im Sinn. Quersumme. Bedeutet das? Ich kann keine Newt mehr bekommen. Egal. Payflow setze ich jetzt nicht ein. Da hat noch ein paar gefragt, warum ich den im letzten Live-Kommentar durch eingesetzt hab. Weil, wie gesagt, ich wollte halt ein paar Waffen-Kills machen. Um zu zeigen, was für ein krasser Ficker ich doch bin. Und das mal jetzt wieder. Hier geh auf mich, Digga. Mann, no. Machen wir das jetzt hier halt. Wenn wir der Magnum zu Ende. Dankeschön. Na, komm. Komm. Ich hab' früher mal gedacht, man könnte den Piloten raus-snipen. Das ist immer mal nett heute. Spielen wir mal Ami. So, rechts ist einer, aber hier vorne auch. Die Herren des Quickscopes hat auf jeden Fall mehr verdient. Okay, so nicht, Freunde. Ich hab' ja eiskalt. Ja, ich wär' auch... Ja, da kannst du auch nichts mehr machen, dann. Okay, wo würde ich mich verstecken? Oh, ja! Adelan, Junge. Wie hast du das gemacht? Woosar. Das hilft nicht, das hilft nicht. Woosar. Ich bin ganz ruhig. Perfekt, oder? Wenn der mir jetzt gibt... Also... Da wär' dann auch Zappen-Duster gewesen. Ja, komm, 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 Quickscop, Quickscop! Muss ich noch irgendwas über Sniper sagen, oder hat sich die Diskussion jetzt hier... äh... beendet. Sozusagen. Komm, komm, ich bin Quickscom. Erstmals dann. Herrlich. 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 Den... Boah, den muss man jetzt... Den muss man jetzt genießen, Freunde. Genießt ihn. Herrlich. Ein Augenschmaus. So. 38. Äh, ich hoffe, die Games davor haben mich auch gefallen. Ich fand das eine ziemlich gutes Team Deathmatch. Aber okay. Ähm. Lasst bitte mal ein paar Daumen da, weil wie gesagt, die Renderzeit, ich nehme jetzt... Wie lange auf? Alter, eine halbe Stunde wieder, ne? Und das dauert bei mir Jahre ohne Spaß. Ich glaube, das split ich sogar. Und, äh, wie gesagt, lasst bitte einen Daumen da, lasst bitte einen Kommentar da. Ähm. Ja. Verbreitetes Video, damit ich schön Geld bekomme. Damit ich mir mal einen Computer zum Stream leisten kann und sowas nicht hochladen muss. Weil Stream ist echt... Alter, es ist einfach viel krasser. Also jetzt schaue ich mir noch die Nachricht von dem an. Kann ich mit dir spielen? Ja. Aber gleich. OMG Takune. Trollaloll X3. Der schickt Fahrzeichen, man ist ja doof. Also, haut rein. Ciao. Trollal X3.